Ich habe hier mal ein Foto aus einem unserer Hufkurse. Ich mache ja auch praktische Hufkurse. Den Termin für den nächsten werde ich im Übrigen in der nächsten Woche auf der Seite einstellen. Mir dann auch erlauben, das in der Facebook-Gruppe zu posten. Wer also den Online-Hufkurs gebucht hatte, kann als Upgrade dann auch zwei Tage Praxis machen. Das wird in der Nähe von Limburg an der Lahn, also nicht weit von Frankfurt am Main stattfinden. Aus einem solchen Hufkurs, wo wir mit Schlachtpräparaten arbeiten, ist dieses Foto entstanden. Ein Vorher-Nachher-Foto. Links, schlimmste doppelte Sohle, der komplette Huf überwuchert mit dickem fetten Horn. Wir gucken uns noch an, wo das herkommt. Und auf der rechten Seite dann, nachdem eine Teilnehmerin des Hufkurses nach Anleitung das Ganze bearbeitet hatte. Und das sieht ja nicht mehr aus wie derselbe Huf. Haben wir hier auch ganz, ganz, ganz viele Nerveneindegungen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da dann so ein dicker Hornklumpen jetzt drunter ist. Das wäre also hier irgendwo in diesem Bereich geht das dann los. Ja, und wenn die Sohle komplett doppelt ist, dann habt ihr hier drunter, als wenn das Pferd auf einem Huf großen, dicken, fetten Kiesel oder Schotterstein laufen würde. So, hier ist mein Bild von einem beschlagenen Pferd. Dieses Pferd hat nämlich nicht Steine im Huf, sondern das sind überwucherte Eckstreben und auch zwei Generationen. Ja, das ist jetzt die jüngste Generation, das ist die Gletscherzunge obendrauf. Und das ist schon über eine noch alte Gletscherzunge, also Eckstrebenzunge, die bis hierhin reicht, noch mal drüber gewuchert. Und auch diese beiden Blocken hier, das und das ist eigentlich mal Eckstrebenhorn gewesen. So, das ist ein Fallbeispiel, das ist schon ewige, ewige Jahre her, dass Handlungsintervalle wahnsinnig lang waren. Also so ein Dreivierteljahr war durchaus üblich. Also als ich kam und den Huf in diesem Zustand vorgefunden habe, war ein Dreivierteljahr niemand mehr an den Hufen gewesen. Und was man jetzt hier erkennen kann, ist diese Zunge, die dick und fett war. Das ist doppeltes Sohlenhorn. Hier haben wir es also nicht so, dass die komplette Sohle überwuchert war, sondern es hatte sich nur so eine Zunge gebildet. Aber weil diese Stute dann zusätzlich auch noch Arthrose hatte und nur auf ganz, ganz, ganz weichem Boden laufen durfte, hatten die Wände auch keinen Abrieb mehr. Vorne war schon ein riesiges Stück ausgebrochen, weil sonst die Zehenwand unendlich lang gewesen wäre. Und hinten haben sich die Trachten untergeschoben. Das war von hier bis da, das waren acht Zentimeter, die am stärksten untergeschobenen Trachten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So, das ist jetzt ein Fall aus meiner momentanen Coaching-Betreuung. Ein Pferd, das ich schon seit ein paar Jahren kenne. Das lebt in Norwegen, ist ein deutsches Reitpony. Und ja, eigentlich war unsere erste Begegnung auch Hufprobleme. Damals war er noch beschlagen und der Beschlag war also wenig förderlich für das Pferd. Ist dann auch abgenommen worden. Barhoffleger in Norwegen sind also offensichtlich relativ rar gesät, sodass also Mutter und Tochter Besitzer von diesem Pferd sogar einmal nach Deutschland zu einem Praxishufkurs zu mir angereist sind, um es dann selber zu machen. Das ist auch lange Zeit sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Das macht insbesondere die Tochter. So, bis dann der Stall gewechselt wurde, dann auch eine neue Tierärztin da war, die gesagt hat, dass doppeltes Sohlenhorn die Sohle schützt. Und dass die Tochter doch bitte aufhören sollte, die Eckstreben immer wieder aufzustellen, sondern dieses Überwuchern zuzulassen. So, ich bin da immer nur mal punktuell in der Betreuung von diesem Pferd, im Prinzip immer dann, wenn es was hat. Dann ist manchmal ein Jahr kein Kontakt, mal Monate kein Kontakt. Und jetzt im Moment war es eben wieder sehr dramatisch, er lahmt und lahmt und lahmt.